Die Gäste, werte Damen und Herren, wir präsentieren hier und heute die absolute Weltneuheit. Escape Flight of 4. Ein Fahrgeschäft, das seinesgleichen sucht. Vollkommen neue Fahrtabläufe ziehen Sie als Fahrgast in eine Gefühlswelt, die Sie so noch nie erlebt haben. Dank neuester technischer Innovationen ist die Fahrt in Escape weich und rasant zugleich. Einfach atemberaubend. Escape nimmt Sie dabei mit in ein Erlebnis, das für Sie erst- und einmalig sein wird. Sie werden diese Fahrt genießen und nie mehr vergessen. Das von der Schaustellerfamilie Körmann in Auftrag gegebene und vom mondial gebaute Fahrgeschäft besticht durch eine durchdachte und mit erfahrener Hand gebauten Technik, welche für Robustheit, Kraft und Sicherheit steht. Alles ist bis ins kleinste Detail über lange Zeit hinweg entworfen, gebaut und geprüft worden. Drei freischlingende Gondeln an jedem der fünf Kreise bieten für jeweils zwei Gäste Platz. Somit können 30 Abenteuerverrückte gleichzeitig diese tief beeindruckende Fahrt genießen. Man beschreitet eine vollkommen überraschende und unvorhersehbare Flugbahn von ein bis sechs Metern Höhe mit rasanten und so noch nie tageliesenen Richtungswechseln. Doch keine Sorge, trotz aller Schnelligkeit bleibt die Fahrt malen und vernehmt ihn freundlich. Eine durchgehend hochwertige Ausstattung mit plastischer Dekoration und Figuren erheben eine voll thematisierte Kulisse mit detailiettet Pinselmalerei. Drei Rui. Loh, bei mir geht, und dann geht es los. Man sagt, es gebe heute keine großen möglichen Abenteuer mehr. Doch diese Wahnsinnsmaschine hier ist der Beweis dafür, dass dies nur ein albernes Gerücht ist. Der verrückte Forscher Samuel Edward Woltras fand in alten Indien einen Weg, dieses spektakuläre Experiment zu euch zu bringen. Mit euch zusammen tritt er heute den Beweis an, dass es doch noch wahre Abenteuer gibt. Heute erlebt ihr mit ihm und Escape ein Adventure, wie ihr es sonst nur aus dem Kino kennt. Blitz und Donner! Wie froh seid ihr denn? Ihr wollt hier alle tatsächlich an dieser Abenteuer-Expedition teilnehmen? Dann hoffe ich mal, dass ihr wisst, auch was ihr euch da eingelassen habt. Es wird nämlich ganz schön turbulent. Ihr ahnt sich ja schon, warum nicht. In diese Maschine hier ist gar nicht schön in sich. Ihr solltet euch jetzt lieber gut festhalten. Denn ihr wisst schon, was alles noch auf uns zukommt. Endlich, die kann es losgehen! Auf geht's! Lasst uns fliegen! Wir sehen uns in einer anderen Dimension hier verrückt! Ja, das ist so! Wir sehen uns in unserer Serie! Musik Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020